Wenn ihr bereits mit Audioaufnahmen zu tun hattet, wird euch bestimmt schon eine Sache aufgefallen sein. Die Dezibelangabe beginnt in Minus und geht meistens nur bis plus 12 dB. Jetzt könnte man natürlich denken, 12 dB, das ist doch voll leise, denn eine normale Unterhaltung hat ja meistens schon zwischen 40 und 60 Dezibel. Aber genau hier beginnt der Unterschied. Denn während die herkömmlichen zur Lautstärke bzw. genauer gesagt Schalldruckmessung angegebenen Dezibelzahlen für die Angabe der Lautstärke zuständig sind, gibt es noch die DBFS-Angabe. DBFS steht dabei für Desirable Full Scale. Und genau diese DBFS-Angabe ist für uns heute hier relevant. Es handelt sich dabei um einen digitalen Vollpegel bzw. Vollausschlag. Ihr müsst also verstehen, dass es hier nichts mehr mit der direkten Schalldruckmessung, also den herkömmlichen Dezibelangaben, zu tun hat. Genauer gesagt ist bei einer Audioaufnahme 0 dB sogar die Obergrenze. Warum gibt es aber nun die Möglichkeit, bei der Audioaufnahme noch auf plus 6 oder sogar plus 12 Dezibel zu erhöhen? Das ist eine Art Trick vom Programm. Es wird also etwas schöner angezeigt, als es eigentlich ist. Im Grunde könnt ihr euch merken, dass ihr im besten und äußersten Fall die 0 dB-Grenze nicht überschreitet. Alles, was über 0 dB aufgenommen wird, gilt als Clipping. Clipping ist einfach übersetzt das Übersteuern der Aufnahme. Es klingt dann in den Spitzen, also an den Stellen, an denen ihr kurz schreit oder laut redet, komplett verzerrt. So hört sich zum Beispiel eine völlig übersteuerte und nicht richtig eingepegelte Aufnahme an. Man hört deutlich die Verzerrung und das Übersteuern des Audiopegels. Oftmals wird das auch farbig bei einer Aufnahme markiert. Bei Grün ist alles buchstäblich im grünen Bereich. Bei Gelb wird es schon kritisch und bei Rot findet das Clipping statt. Ihr habt die Aufnahme damit also übersteuert. Und ist das schlimm? Absolut. Denn ihr könnt immer eine zu leise Aufnahme lauter machen, verlustfrei. Und eine einmal übersteuerte Aufnahme könnt ihr zwar leiser machen, aber die aufgenommene Übersteuerung lässt sich nicht entfernen. Oder zumindest nicht ohne immensen Aufwand. Das bedeutet, die Verzerrung bzw. Übersteuerung hört ihr auch dann ganz deutlich, wenn ihr die Aufnahme leiser macht. Daher sorgt bitte immer dafür, dass ihr stets im Bereich um die maximal minus 10 dB aufnehmt. Somit habt ihr immer noch etwas Puffer zum Lauter machen. Und keine Angst, das Grundrauschen wird dabei nicht mit angehoben. Wenn ihr Fragen oder konstruktive Ergänzungen habt, dann gerne ab damit in den Kommentaren. Ich sage danke und bis zum nächsten Video.